Willkommen zurück zur Folge 7 von Banished Wir sind noch am Steinbruch dran, wir haben noch 6 Eisen, was fehlt Das Rest, was hier hinten liegt, könnte unter anderem noch reichen Gucken wir schon mal an, wo eine Mine passen könnte Die würde hier auch hin gut passen Würde denn ein Weg noch gehen? Ja, könnte gehen, weil der Typ, der konnte ja auch noch langlaufen Jetzt wäre die Gegend zwar ein bisschen verwurstet, aber naja gut Ach ne, wenn hier Häuser hinkommen, ist eigentlich uncool, da hoffen wir jetzt Industrie hinzumachen Weil da oben ist auch nicht so gut Hier geht, da würde gehen Wenn ich umdrehe hier Ach ne Ist ja alles Berg da oben Hier wäre relativ akzeptabel Hier wäre richtig gut Oh, ich lass ihn erstmal weg Weil ich hab eh noch nicht genug Steine dafür Ein Eisen noch Wollen wir noch einen? Irgendeiner läuft bestimmt da rechts noch lang, komm Hier ist der Bauarbeiter, der hat gleich da oben das Eisener recht Schafft er das noch? Bevor da hinten einer geht Ah ne, da laufen wir schon Ah, da, komm, komm Kämpfe Kämpfe, Mr Kasimeon Den hab ich noch nicht gesehen Kasimeon, okay, der war zu langsam Aber jetzt kommt er auf das Eisen Zack Oder? Ist jetzt auf den nächsten Ne, doch, jetzt hat das Okay Dann kommt er hier hin und dann kann er anfangen zu bauen Dabei geht das Essen, ne Der Kasimeon Ach so, einen warmen Platz sucht er Er, komm, los Legt das Eisen rein Brave Leute Von heute Nimm's und bring's rein Wir brauchen nur noch eins Guck mal der Weile, was die Leute hier machen So, äh Delori leider noch alleine Ein Achtjähriger Ein, noch ein Achtjähriger Schon halb erwachsen Hier mit acht Jahre Kann er gleich richtig loslegen Und so weiter ist Was haben wir denn? Tools Low 1 Wir brauchen mehr Eisen Dann brauchen wir gar nicht erst sagen Er soll Tools neue herstellen Guck mal nach Ob wir irgendwo was liegt Nein Hier unten Nö Hier ist halt eine neue Ach hier, ja klar Nehmen wir mal Ehnerei Weg Warten, dass es da ist Derzeit Ah hier ist fertig Geht mal alle drei Bauen, alle Trophen los Wir haben wir jetzt alle Wir bauten hier alles Die Genia Ah, die Die Gute Die haben aber nur ein halber Happiness alle Aber weil die Eltern leider Irgendwo verscharrt wurden Weil es keinen Friedhof hatten Also hier noch Bilder Die Tali Und der Casimeo und der Casimeo und die kennen wir ja schon Das ist immer noch Bilder Das ist ein guter der Casimeo und die Genia 800 Nahrung Endlich ist relativ stabil Aber Jägershaus Sag mal Wir haben eine Schmiede Wir haben eine Schule Wir haben ein Fischerhaus Nichts belegt Nicht meine Woodcutter Aber Woodcutter brauchen wir bald wieder 144 Holz Nur noch Feuerholz Ah, das geht schon los hier 25 schon Ein Viertel haben wir fertig Arbeiten sie alle drei Und das kleine Mädchen Die Retto Retto Könnte auch ein männlicher Name sein Die Retto schaut zu Wie sie bauen Wenn sie groß ist Möchte Bauarbeiter werden Wenn man so guckt Dass die Leute Um auf den Friedhof gehen Um zu trauern Ist eigentlich gar nicht so Verkehrt Wenn man den sogar in der Nähe stellen würde Aber nicht so schlimm Wenn wir die Steine hier rauskriegen Können wir eine neue Brücke anfangen Um die Ressourcen hier zu holen Schön alles drin Wo war die Brücke? Hier bei den Straßen Sollen wir schon mal relativ den kürzenden Weg aus 52,13 52,13 52,13 52,13 Das ist mehr 52,13 Auch mehr Wird gar nicht weniger Das ist schon Nein, 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 nein Falsch gedrückt Gebäude wegmachen Bzw. Struktur Das ist ja schon das niedrigste Hier lang gehen geht auch nicht Okay Gehen wir mal Den ersten 52,13 Der rechts ist Auf der rechten Seite Möglich weit rechts Okay Nimm mal Jetzt war hier Nee Noch eins Ja genau Klack Pause Und laufen lassen So hier noch eine Straße drauf Und wo hängt die Brücke an? Da hält es auf Da So Können wir erstmal Den Steinbruch Sind sie dann 77 Nee, Quatsch 77 haben sie Und 93% Wo sind die Bauarbeiter Dahinter? Laufen sie grad wieder weg Läuft weg Läuft weg Und wo sie es gerade nicht Läuft auch grad weg Okay Dann lassen sie was Mal in Ruhe essen Oh, Feuerholz Ähm Die werden das schon schaffen So ohne Unterstützung von dem Dritten Die 7% schaffen sie zu zweit Ich glaub an sie Die Dolory mit 15 Jahren Wartet noch Ein Jahr auf Ein Stecher Ja Die Dolory wartet noch Auf einen Jungen Mann Werkzeuge sind alle Oh Ein Bilder Wird es schon alleine schaffen Wir brauchen Werkzeuge Und wenn wir bauen möchten Eine Mine Sag ich mal her Wräuchten wir nur Steine Okay Würde gehen Gucken wir mal hier unten Ob sie da vielleicht hinpassen würde Ne passt nicht Hier geht auch nicht Muss ja ein bisschen gucken wo Gut wäre Hier ist eigentlich recht gut War es noch näher dran Höchstmögliche Punkt wäre hier Dann müsste halt hier Obstmontage oder so hin Und hier unten Häuser Das würde schon gehen Merke ich mir mal vor Zeig mal her Die eine Person ist an der Arbeit Komm Du Du Da Du hier Ach manu Dann drücke ich halt hier drauf Der Casimeon Er gibt seinen Beruf nicht auf Der mag Bilder Komm 4% noch 3% noch Mach 2 draus Mach 2 draus Casimeon Eine Happiness Ich hätte das noch hoch machen Glaubt mit Na Taberne Und na Kirche Für die Taberne Hätten wir noch zu wenig Bären glaube ich Wäre aber am Anfang So 2% Casimeon 1% Nicht weglaufen vorher Ich glaube an dir Ein Handschlag noch Ah ne Quatsch Drei Handschläger noch hier oben Sicher 98 von 100 Casimeon Und ja du schaffst es Dann kann er weggehen Und ich gehe mal gleich mit ihnen In den Steinbruch Keiner Steine holen Alter wie viel hier vorne Auf dem Friedhof stehen Aber leider liegen eure Verwandten nicht da Leider Muss ich mal so sagen Die sind woanders Hingebracht worden 9 Wir haben gleich Nachwuchs Die brauchen wir auch 3 4 5 Leute kriegen wir Dich dazu Wenn es richtig gut läuft Und wenn ich mal wieder jemand Unter die Erde gehen sollte Eine Person mehr Habs gesehen Gleich von 11 auf 12 hoch Wo gehen wir die hin Müsste eigentlich hier An die Suhrdame hinzugehen Außer das ist das weibliche Persönchen Konnten wir ja nicht wissen Hier ist ein Eisen hin Ist in Ordnung Tools sind low Ja er arbeitet ja schon Und das wird es zwar Kazi Kazimeon er macht wirklich alles Der Kazimeon ist hier der Running Gag Oh drei neue Leute Teacher Ne teacher machen wir erst wenn Die letzten zwei Ausgewachsen sind Damit es sich auch lohnt Ich mach mal hier Ein Fischersmann Und ein zweitens Für Stone Wir brauchen für die Mine Noch eine Menge Und auch hier Für 13 Kommen wir noch Sonst irgendwo ran Hier ist ein Fluss Hier ist eine Menge Hier oben Könnte man auch Eine gute Silokin bauen Zeig mal die Karte Ja doch Aber ich glaube In der Mitte sind Hügel Laut Karte zumindest Ne Die ist glatt Die ist gut Locks sind low Der hat kein Werkzeug mehr Hier liegt noch was Im Lager ist auch nichts mehr Okay erholt Hätten wir noch übrig Die können wir hier Das Eisen mal sammeln Neue Reihe mal wegnehmen Jetzt hat er gleich nichts mehr Hier ist ein neuer Der ist noch Der Herr Bärenart Da ist er zu Der Rack ist mit Dolory Er hilft beim Anschubsen Die zwei Also hier die Retto Und der Wie bitte Aus der Ribert Die werden denn Die nächsten Studenten sein In unserer Bescheidenen Stadt Bauerstone Beziehungsweise Jetzt ist noch ein Dorf Unser Dörfchen Bauerstone Hunter Brauche ich da auch noch Einen Schneider Ach 16 Eisen Wenn ich das hinkriege Kann ich den Schneider Nach vorher bauen Bevor ich mich auf andere Reisen mache Oh die Ecke Da unten noch weg Aber schon mal gut Dass wir einen Steinbruch haben Liegt da schon was rum Hier ist nichts Ne die haben noch nichts Erholt Na dann lassen wir es mal machen Werkzeug liegt hier noch Eisen holen sie gerade Ich ratze mal noch Ne Ebene weg Das Nicht dass wir zu viel machen Sondern das hängen sie ewig Auf der Ecke da Und arbeiten Sollen sie ja auch nicht Hunter Zeig mal Ist irgendwo noch ein Tier Hier Ist noch was Bleibst du hier stehen Schon ja Dann lassen wir mal Und die gehen weiter Doch bleibst du stehen Gut Ein Hunter rein Verdammt Ich hab das Fenster zugemacht So Wieder offen Mal gucken Hier ist fertig Das fertig Hier ist noch zwei Kinder Gut Hier ist ein Kind Da Der Bernhard Er muss noch auswachsen Dann kann ich einen Teacher geben Blacksmith 2 Dann kann ich den auch später wieder abziehen Bernhard komm Wachse Ich glaub an dich Wachse Ich möchte ein paar Fruchtzwerge haben Hier die Genia Die hat sich einen guten Herr geangelt Den Nell Obwohl war Nell nicht ihr Sohn Ich glaub der Mann Der ist leider verstorben Was ja auch Relativ traurig ist Was haben wir denn Tools sind low Wir werden noch welche produziert Da schon ein Stein da Langsam Aber sicher Hier ist noch Eisen Hier ein paar Steine auf der Seite Müssen wir alle mitnehmen Ja da sind noch ein paar Steine Das ist wunderbar Hier hinten ist nichts mehr Aber könnte man dahin gehen Ne Okay hier ist Kartenrand Hier vorne Ich weiß noch wo ein Stein lag Hier im Wald Genau da Hat der Förster den noch nicht weggetragen Denn haben wir noch ein paar Steine mehr Wie sieht's aus Bernhard Möchtest du erwachsen werden Nicht? Du willst Ich weiß das Holz ist alle Geben wir schon mal jetzt ein In Förster Und warten auf den Bernhard Für Lehrer Die Raydon ist geboren worden Hier ist die Carriott geboren worden Bernhard Ne noch nicht Okay dann achten wir mal hier drauf Wie viele Steine haben wir denn schon angesammelt? Nichts Doch da wird sogar weggebracht Nummer 1 haben wir 3 2 wieder hingebracht Okay Langsam aber sicher Pass auf 3 Ja passt doch Wie die Pass auf aus Oh Bernhard ist fertig So was haben wir denn hier noch Wir haben Eine weibliche Wir haben Einen männlichen Hier haben wir noch eine weibliche Es könnte noch 1 oder 2 Häuser voll werden Nahrung sieht noch gut aus Pack mal Dort einen hin 8 Steine brauchen wir wieder Machen wir mal 2 haben wir Dann gebe ich erstmal einen Steinkatter Und solange wie die hier nicht älter sind Sag ich mal Brauche ich auch noch keinen Lehrer 5 5 Weiß ich nicht Sind 5 sind es noch ein Jahr Pro Jahreszeit vielleicht ein Müsse ich mal aufpassen Vielleicht pro Jahreszeit immer ein Jahr in Menschenjahren quasi Das ist 4 Jahre pro Jahr Altern Müsse ich mal 8 geben Jetzt ist Sommer Und sie ist 5 Gucken ob es im Winter Vielleicht 7 ist Dann würde es ja so ungefähr Hinkommen Ungefähr Ansonsten ist gerade nicht so viel zu tun Alle eingespannt hier Hunter Sag mal her Er hat natürlich nichts gefangen Und die Tiere ziehen wieder ab Ich könnte mir auch gut vermuten Dass Der Hunter Der hält sein Revier In Sicht Und dann Gerade auch erst dann Wenn ein Tier reinläuft Wird er es jagen Und nicht wenn noch Tiere drinnen stehen So könnte ich mir das denken Alter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Das wäre eine Menge essen Glück geht wieder hoch Ein bisschen Hier haben wir noch Acht Steine 16 Holz Ah Nicht gerade Viel Ich helfe mal ein bisschen beim Fällen Hier den Baum Hier ist ein großer Der kann weg Sehe ich da jetzt richtig Warte mal Da Da ist die Wurzel Da Ne Nicht so weit weg Jetzt laufen sie wieder so ewig Die am Rand nicht ganz Die Birke Die Birke Ums Nachschutz kriegen Den Baum Ne Der falsche drückt glaube ich Der da Kriegt den nicht Oder habe ich den schon Ach der habe ich schon da Ist schon ein Kreuz auf dem Boden Und den da Den da Den da Dürfte erstmal reichen Müsste hier nur Holz werden Hierfür Null Jetzt wir auf 300 Nahrung runter Ach ich habe immer noch Kein Storch Bahn Naja stört ja erstmal nicht Solange ich den Kahn noch habe Ich habe immer ein Storch Bahn zuerst gebaut Aber es wäre ja nur Unnötig Holz und Stein verschwendet Zur der Zeit zumindest Noch Tools Und Stone ist low Tools haben wir ja noch vier Fünfer liegt nur eins Nehmen wir den mal weg Dann kann wenigstens Einer noch Hin und her tragen Was Gucken wir mal den da oben an Würde es hier schon lohnen Vierten einzustellen Aber ich glaube nicht Also groß ist das Gebiet Ja nur auch nicht Da haben sie noch Eisen Wollen wir mal an der Brücke Arbeiten sie nicht Das ist gut Sollen sie ja auch noch nicht Ja ist noch dabei Fischer ist hier Guck mal Er ist vier Herzen voll jetzt Cool Es geht bergauf Die Krise haben wir überstanden Erstmal Was haben wir denn hier Wir haben fünf Jahre alt Es müsste jetzt im Herbst Vielleicht sechs werden Worauf wir das noch sehen In der Folge So noch zwei Holzsteine Sind fertig Ah 13 Steine Hier hinten könnte sich schon lohnen Ja es lohnt sich total jetzt Boah so viele Steine Okay dann 52 Holz Au Okay wir warten erstmal bis hierhin gebracht wurde Oh ne warte Förster ab da rein Förster Ne Dann kannst du wieder rauskommen Ich kann mich nicht entscheiden Ich brauche mal einen Mindestens einen mehr Was aktiv reißen kann Und hier erstmal Wir haben uns gut erholt Von unserer Krise Sag ich mal Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge wieder Bis dann Ich hoffe ich sehe euch wieder Und auf Wiedersehen Und auf Wiedersehen Aber Mit mir noch nicht Und Ich bin noch mal her Ich bin noch ein Und ich bin noch nicht Und ich bin noch ein